Mein Vorname ist Ludmila, Name ist Tretiakova. Ich suche ja eine Partnerin oder Partner für unterhalten zusammen. Ja, mein Hobby ist schwimmen, ich lese viele Bücher und so weit. Musik Das Fischleiter beim Pferd ist 60 Jahre, bei Ziegen sind es nur 20 Jahre. Wie wär's mit Austern? 12 Jahre oder Goldhamster? 4 Jahre. Ein schöner Aal? 88 Monate. Das wär eine gute Wahl, eine gute Wahl. Muscheln werden viel zu alt, so lange kann doch keiner leben. Auch Händchen halten fällt eher schwer. Heute ist das Alt, was es morgen nicht mehr gibt, an was sich drüber und morgen niemand mehr erinnert. Das Fischleiter der Makrele ist 20 Jahre, Goldfische werden 41 Jahre, Hubach 45, Papadeien 80. Oder wähle die Muschel mit 150 Jahren. Eine gute Wahl, nimm den Aal, eine gute Wahl. Muscheln werden viel zu alt, so lange kann doch keiner leben. Einchen halten, wäre eher schwer. Heute ist das Alt, was es morgen nicht mehr gibt, an was sich drüber und morgen niemand mehr erinnert. Muscheln werden viel zu alt, so lange kann doch keiner leben. Auch Händchen halten fällt eher schwer. Heute ist das Alt, was es morgen nicht mehr gibt, an was sich drüber und morgen niemand mehr erinnert. Untertitelung des ZDF, 2020